Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Wir-Gucken-Uns-Hinweise-An-Die-Mit-Sicherheit. Auf ein klares Südsee-Add-On-Hindeuten in den letzten Wochen gab es wieder ein paar und die möchte ich euch natürlich zusammenfassend nicht vorenthalten. Das Overwatch-Halloween-Event hat es vor kurzem wieder gezeigt, die Entwickler spielen auch sehr gerne mit diversen Memes und Trends, die von den Spielern selbst ja hervorgebracht wurden. Und somit ist den WoW-Entwicklern mit garantierter Wahrscheinlichkeit auch klar, dass wir aktuell überall Richtung Südsee und Alte Götter am spekulieren sind. In einem der recht regelmäßig kommenden Q&A-Formate fiel vor kurzem auf, dass sich die Deko hinter den Entwicklern etwas geändert bzw. an aktuelle Thematiken angepasst hat. Statt diversen Figuren von Tyrael oder Illidan stand da auf einmal von allen möglichen Büchern aus der Warcraft-Lore, Jaina bracht mehr Gezeiten des Krieges. Und ich will jetzt nicht sagen, dass auch alle meine letzten Videos aus der Thematik sich auf Jaina und so weiter bezogen haben und dass wir an die 3 Milliarden Comics und Bücher haben, die wir da hätten hinstellen können, aber hey, muss nichts heißen, auf gar keinen Fall. Nummer 2 bezieht sich auf, ja, eine etwas verfrühte Produktbeschreibung, so wie wir es auch in einem der letzten Videos über diese Trollkrieg-Romane besprochen haben. Da geht es dabei um so eine Art, ja, Pyjama oder Schlafanzug, der, wenn man ihn richtig anzieht, einen wie ein Murloc aussehen lässt. Und die Beschreibung ist, ja, in Murloc-isch, whatever. Und tatsächlich steht da ein ganz interessanter Satz dabei, die Murlocs so ein bisschen als neu entstandene, azerotische Rasse beschreiben. Ja, da wissen wir ja, dass wir Murlocs schon seit Classic haben, also gehen jetzt viele davon aus, dass es anscheinend doch irgendwie eine neue Entwicklung mit den Murlocs geben soll. Ja, dass sie irgendwie Platz in unseren Reihen finden oder vielleicht sogar spielbar sind. Und ich persönlich sage, das ist alles ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich versuche eben alles reinzupacken, was ich finde. Und letztendlich geht es ja vor allem um die Masse, ne, hab da mal die Menge an Spielsachen und auch Videos zur Südsee in meiner Playlist gesehen. Das ist schon einiges. Nun sind das ja doch zwei recht weit hergeholte Hinweise wieder mal, ne. Da kann man jetzt sagen, boah, krass, garantiert, ich bin so hyped oder man schlägt sich einfach mit der flachen Hand genau vor die Stirn. Darum habe ich mir als drittes was überlegt, was ihr auch in den Kommentaren immer wieder mal erwähnt habt und was uns die, ja, ganze Thematik ein bisschen greifbarer machen sollte. Denn viele von euch haben auch gesagt, ja, diese alten Götter, die sind in ihren Dungeons, wo haben wir die denn sonst, wo kriegen wir das denn mit? Und da ist die Antwort eigentlich ganz einfach, ja, nämlich in Eiskrone selber. Dort gibt es nämlich die Saronitminen und Saronit, das wissen wir, das ist das Erz, was wir in Rest of the Lich King hatten und benutzt haben, um auch unsere Rüstung herzustellen und zu verstärken und so weiter und so fort. Aber in den Saronitminen selber, da sehen wir das sogar in flüssiger Form. Ja, und wenn man sich das genauer anguckt und die Geschichte dahinter und diverse Quests macht, zum Beispiel in der Drachenöde, dann erfährt man auch, dass das Erz eigentlich das kristallisierte Blut von Yogg-Saron selbst sein soll. Und darum haben wir es auch in den Minen in flüssiger Form. Das heißt, wir bauen da Blut von dem alten Gott ab. Darunter leiden letztendlich natürlich auch die Minenarbeiter, aber für uns ist es natürlich interessant, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Yogg-Saron ist da irgendwo eingesperrt in Ulduar, wie tief der sich und wie weit er sich gegraben haben muss unter Nordend, damit überall dieses Saronit mal rauskommt, was irgendwie aufgrund einer bestimmten Säurestruktur in seinem Blut quasi so eine kristalline Form annehmen kann. Ich sag mal so, das Vieh ist ganz schön groß. Das ist aber nicht das Interessanteste in Eiskrone, denn, das ist ein Fakt, den hatte ich schon lange vergessen, aber ihr habt ihn immer wieder mal erwähnt, wenn wir in den, ja, Tagebau quasi abtauchen, naja, dann haben wir da so ein schönes Wasserfeld und, ja, ganz normal, da hat man wohl ein bisschen zu tief gegraben, so Herr der Ringe Ballrock mäßig. Und wenn man da runter taucht, dann fällt einem da was auf, was einem nicht nur vertraut erscheint, sondern auch unfassbar ekelhaft. Denn da haben wir auch eine sogenannte Präsenz des alten Gottes und davon sieht man nicht viel, da kann man auch durchtauchen, ne. Das ist irgendwie ein letztes Überbleibsel von vermutlich auch Jogsaron, vielleicht haben die da wirklich zu tief gegraben und irgend so ein Fragment von ihm noch gefunden und aufgeweckt, I don't know. Im Model Viewer, wenn man sich genauer ansieht, so wie es da ursprünglich implementiert wurde, dann sieht das Ganze einfach aus wie so ein Körper von Kisun. Das heißt, wir haben allein in Eiskrone so starke Eindrücke auch von den alten Göttern in einem normalen Gebiet, wo wir eigentlich so, ja, außerhalb von ein paar Quests gar nicht groß dazu aufschließen können. Oder, ja, ich weiß nicht, wer von euch noch irgendwelche Wasserbecken regelmäßig durchsucht, ob da irgendwas ist. Aber das ganze Zeug, das ist halt da. Die sind unter uns. Ich meine, wir benutzen hier verdammtes Blut, um uns Rüstungen zu schmieden. Also, die sind überall, ne. Du kannst jetzt so ins Auktionshaus greifen und kaufst dir da irgendwas und du kannst dir nicht sicher sein, ob da nicht ein bisschen Blut von einem alten Gott eingeschlossen ist. Das wollte ich nur an der Stelle nochmal einstreuen, weil das für einige vielleicht ein bisschen, ja, greifbarer dann ist das Thema. Nicht immer nur, ja, Anki Rage mach ich nicht, ja, Jogsaron oben in Ulduar. Jeder Schritt, den wir auf Nordend machen, ist irgendwie vermutlich auf Jogsaron. Ja, Freunde, wieder eine Menge, Menge zu spekulieren, ne. Es wird immer ein bisschen verrückter, ne. Das sehe ich ja auch. Ist ja nicht so, als stürzt mich komplett blind und gehypt immer auf alles. Ich merke auch, wann es ein bisschen zu crazy vielleicht wird. Nichtsdestotrotz wollte ich es natürlich mit euch teilen. Ja, der Hypetrain, der hält nicht an. Er stürzt sich selbst in Schluchten und holt da irgendwas raus, was vielleicht wirklich überhaupt gar nichts ist. Während der Rest natürlich immer was war. Ist klar, oder? Ja, ha, 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 ha. Insofern, Freunde, wie immer, meine obligatorische Frage. Was haltet ihr davon, ne? Was sagt ihr dazu? Das Ding ist, man kommt nicht drumherum aktuell, ne. Man kommt nicht drumherum. Und vielleicht ist es nächstes Mal wieder oder in der nächsten Woche ein Part von mir wieder da. Der geht dann 20 Minuten statt 5 oder so, weil so viele neue Hinweise und Spekulationen wieder da sind. Also die Foren glühen, die Köpfe glühen, die Lore-Freunde glühen, ne. Und bald glühen auch die Weine. Es ist bald wieder soweit, ne. Unglaublich. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Freunde. Hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und sei es nur, was zum Teufel hat der da nur wieder gefunden? Ich bedanke mich, Freunde. Haut rein. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.